So, liebe Leute, weiter geht's mit Need for Speed anbauen. Und wir starten heute neu durch mit dem nächsten. An alle Einheiten. Wir haben heute zusätzliche Wagen rausgeschickt. Kommt nicht mit leeren Händen zurück. Endlich bekommen wir die Unterstützung, die wir brauchen, um die aufzuhalten. Ach, was? Brauchen wir nicht. Ja, wir starten heute durch mit dem nächsten tollen Event, wenn jetzt nichts was Dramatisches dazwischen kommt. Wer natürlich jetzt wieder eine tolle Lieferung dazu kommt, wo richtig Arsche bringt. Ja, ich möchte wie gesagt mein GTA aufbauen. Und dann werden wir wahrscheinlich anfangen zu sparen für die... Für das... Große... Event. So, Event. Die wilde Sache. Warum kann ich Juma... Juma... Ich fängst immer... Ich fängst immer auf Maja. Mit dem Mustang. Doch, doch. Oh, tschüss. Aber es sind wieder die gleichen zwei Kandidaten. Und zwar... Ich fängst nicht mehr auf und steinig nicht. Und jetzt werden wir uns wieder... so jetzt habe ich die olle ja das macht du mal das glaube ich ja weniger aber gut ich glaube man ja 70 prozent schön dass ihr zwei euch da gegenseitig mal wegballert ich wollte mich beide überholen und die corvette ball aber noch mal dieses rennen gewonnen und holen uns die 12.000 also zum 9300 aber so haben wir noch einen rennen so warte mal jetzt muss ich schon kurz gucken ich baller mal hier rüber ich gehe mal kurz aufhört frage durch jetzt ist es noch zu früh wieder jetzt um zu steck zu gehen eigentlich könnte ich warte mal ich mache es aber trotzdem oder warte mal überlege gerade überlege gerade also ich das mache wir haben jetzt die 26.000 die könnte man auf den wagen stecken und dann können wir schon das nächste event gehen aber ich will ja ein bisschen sparen wir müssen ja dann halt der verwalter ich musste gerade bis zum auffuhr und fahren weil wieder ohne linke geht dann heute ab bis unten der so und der anders oben ich will kein kopf scheiße mit einem scheiß baum da ja das doch doch ja aber nur fast ich glaube das hat sich gerade schon erledigt mit den kopf mit dem mit dem event alle einheiten subjekt fliegt richtung du point ja was hat sich jetzt habe ich noch einen kopf hinter mir der wird aber hoffentlich gleich zurückfallen ja bremse am besten so jetzt muss ich gerade gucken dass ich noch ein anderes event habe hier unten ist noch einer so viel zum thema dazu aber ich denke man trotzdem mit feierabend schon wieder ich sparte mich dem das geld mit ich sparte mich dem das geld mit geht er nicht ernsthaft eine vier meter große statue von sich selbst für sein badezimmer bekommen oder als nächstes werden wir uns über die neue wahlkampf rhetorik der wir der unterhalten jeder der einmal mitbekommen hat wie sie ein paar tausende palazzo ... Casino gesetzt hat, weiß, dass sie gerne wettet. Sie setzt darauf, dass wir einfach vergessen, dass sie erst plötzlich einem Rehabilitationszentrum in Cyril Heights den Geldhahn zugedreht hat. Oder dass sie staatliche Bauverträge an ein Unternehmen weiterleitet, mit denen sie direkt in Verbindung steht. Ha, ha. Sie hat ein Spiel, doch sie spielt mit unseren... Hören Sie mir zu, Frau Bürgermeisterin. Dafür werden Sie bezahlt. Entschuldigung. So, äh, Leistung. Motor. So, neue Turbolader reinbauen und damit wäre das Auto dann soweit. So, damit haben wir tatsächlich unseren... unseren GT-R fertig. Würde ich sagen. Warum nicht zu 100%, der 14.000? Ja, 24.000. Vielleicht doch nicht so ganz zu 100%. Ich glaube bei 33.000 geht der, glaube ich, hoch. Ja. So, gut. So, gut. Ja, damit haben wir soweit das fertig und wir wollen jetzt natürlich mal gucken, was das Auto so kann. Spielen. So, den haben wir auch fertig. Und dann gucken wir mal, wer haben wir jetzt S. Ich glaube zu 100%, aber ein bisschen Kohle brauchen wir noch. Ein, zwei Dinge brauchen wir noch. Oh, Alpha Romeo Giulia. Kriegen wir dafür für den Schienenverkehr? Oder für immer 32? Ich muss jetzt mal gerade gucken, wenn wir nochmal ein bisschen Kohle verdienen können. Takeover. Takeover. Interessant. Ja. Jo. Ja, muss ich kurz gerade gucken. Takeover. Hier wird es ein Takeover. Wir brauchen ein bisschen Kohle zusammen jetzt. Erstmal muss ich noch ein bisschen schauen, was wir fahren können. Wir haben nämlich nicht allzu viel Geld. Die Stadtgrinsen können wir gerade nicht fahren. Da wird man erst Martin DB5 bekommen. Für 16.000. Ja, wir müssen jetzt gucken. Also einfach jetzt erstmal. Boah, 48.000. Ich fahre schon für drei. 48.000 bringt der Wagen und bringt das Ding uns. Ja, aber halt Streetstyle ist alles was. Das haben wir glaube ich noch gar nicht gefahren. Ist das überhaupt ein Aplus? Ja, ne? Wollen wir sogar das Auto fielen. Naja, fahren wir halt ein Streetstyle. Also zumindest nicht jetzt, aber wir machen das noch. Kann ich das Ding nicht nehmen? Hallo? Hallo? Hey, was geht? Ich bin unterwegs. Du bist immer so fleißig, Speedy. Deshalb bist du meine Nummer eins. Also... Was will er denn jetzt überhaupt fahren? Videlty-Vauftrag. Ja, okay. Das machen wir auf jeden Fall jetzt. Moment. Oh, da ruft irgendwer an. Ich muss los. Bis später. Boah, viele Kopf sind unterwegs. Das Schöne ist, dass der... Ich sehe dich, du Klaus. Scheiße! Das zieht auch eine Hilfe bei diesem Racer. Wir blätterten Arschloch in den Missern durch. Ich hab gar nichts. Wir haben Meldungen der Zielperson in Cyril Heights. Geh weg. Die Streife und bestellst die Verfolge. Holt euch den Kaffee. Der Alrenbalken kümmert sich schon drum. Racer hat mich abgehängt. Das Objekt hat sich bei Cyril Heights in Luft aufgelöst. Ich hol mir das Arschloch. Ich breche ab, Zentrale. So, das Thema ist erledigt. Wir fahren jetzt erstmal zu Rise of Rocky. Ist das jemand weg? Oder ist das jetzt... Warte mal. Bitte nicht. Jetzt hoffe ich nicht, dass der weg ist. Nee, ist er nicht. Okay. Geh weg. Würde ich sagen, aber machen wir trotzdem in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.